Henning, was macht ihr denn hier gerade? Wir drucken die T-Shirts für unser Leben Lieben, Premium und Ultra Kunden. Nochmal. Das sind die Maschinen, nehme ich mal an. Das sind die Maschinen, hier haben wir den Plotter. Da seht ihr direkt, könnt ihr beim Christian drüber gucken, was er macht. Noch seht ihr hier nichts. Wenn es fertig ist, sieht es so aus. Oder auch hier mit den Zahlen. Das legen wir dann auf das T-Shirt, wie zum Beispiel hier mit dem Logo schon. Kommt hier drauf. Und das ist unsere Heißklima-Kasse. Schnieke 160 Grad. Wenn ich mit Pflanzen bei den Gegner sind. Bitte? Wenn wir mit Pflanzen bei den Gegner sind. Die kannst du auch essen. Ja, eben. Kann drauf? Jo. Das geht jetzt noch 18 Sekunden. Was ist das für ein T-Shirt? Das wird unser HSC-Trikot-Shirt. Das ist das erste. Das Nummer eins ist das. Das ist für den David Wielatschewski. Ja. Wie viele habt ihr noch für euch? Bisher? 106. Wohlgemerkt, es ist der 30. Oktober. Also 10 Uhr. Ich habe noch so circa, was wir nicht lügen, 14 Tage, um allein die für die Ultra-Entremen-Trikots fertig zu kriegen. Plus zusätzlich die für den vor Ort verkauften. Du steckst natürlich Liebe in jedes einzelne. Total. Du hast ja gerade gesehen, wie ich gemessen habe. Wie ein Weltmeister. Hätte ich den lieben Timo auch nicht gehabt, könnte ich das hier alles auch gar nicht vollbringen. Der Mann ist nämlich dafür verantwortlich, wenn die Grafiken kacke werden. High five. Dann bist du. Lass mich nicht. Lass mich nicht. Lass mich nicht. Lass mich nicht. Ich hab dich nicht verraten. Sehr gut. Ich kann auch reinbeißen, aber dann hat die Nummer... Ach so, keine drauf, aber hat irgendeiner das Brech, dass er dann seinen Zahnabdruck auf seine Arsch hat? Ich glaube, da haben die nicht so Bock drauf. Ich glaube, da haben die gerade Bock drauf. Ich hätte ja gar nicht mehr so. Ich hätte gerne beim Shop-Ansprechen dann auf dem HSC. Wo ich dann vor Ort sein werde und euch mit den T-Shirts... Ach stimmt, vor Ort druckst du ja auch beim HSC. Vor Ort drucken wir auch, ja. Ich werde hier ein paar Sachen vorbereiten. Aber... Par 200. Par 200. Aber ich denke, mit den Features, die wir euch bieten, die werden natürlich nur bekannt gegeben, werdet ihr jetzt fleißig zugreifen. Sehr gut. Kann drauf? Ja. Das geht jetzt noch 18 Sekunden. Okay. Kannst du eigentlich hier auf das Ding schwenken oder so? Jetzt dann von alleine wieder hoch. Wir sind Peace Hawartikel.